Das ist Max. Max ist ein moderner Manager und im Team für digitales Marketing verantwortlich. Max wird mit Daten aus verschiedenen digitalen Marketingkanälen bombardiert. Dabei muss er auch nicht nur seine Performance im Auge behalten, sondern auch die der Wettbewerber. Doch bei all den Tools, Quellen und den Unmengen an Informationen fällt es Max schwer, den Überblick zu bewahren. Auf der Suche nach einer effektiven Lösung ist er auf RivalFox gestoßen, die Beobachtungsplattform für Content-Marketing. Max beobachtet damit auf mehr als 15 verschiedenen digitalen Marketingkanälen seine eigene Performance, die Wettbewerber und den Markt. Ob Social Media, Newsletter, Online-Werbung oder SEO. Dank RivalFox sammelt und analysiert er alle sinnvollen Daten aus einer Hand. Endlich hat Max den Durchblick und erkennt schnell und einfach, welcher Content bei der Zielgruppe ankommt und kann in Sekunden Reports und Benchmarkings erstellen. RivalFox – Wettbewerbsbeobachtung für digitale Marketer